Herzlich Willkommen bei Palace Capital. Wir sprechen heute darüber, welche Bedeutung emotionale Intelligenz im Geschäftsleben hat. Und ich freue mich sehr, dass wir Dalibor Ostujic bei uns zu Gast haben. Servus, Dali. Servus, Florian. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema heute, emotionale Intelligenz. Vielleicht kannst du unseren Zusehern einleitend noch einmal kurz erklären, wie man das genau definiert. Ja, emotionale Intelligenz ist ja, ich nehme mal das Begriff Intelligenz. Also Intelligenz ist ja, Einsicht in etwas haben, ist etwas zu verstehen, etwas zu begreifen. Und wenn man jetzt die Worte kombiniert, bedeutet das einfach, okay, ich habe Einsicht in meinen Emotionen, ich verstehe meine Emotionen, ich begreife meine Emotionen. Wo ist das relevant? Es ist relevant im alltäglichen Leben, aber auch im Geschäftsleben, um die eigenen Emotionen zu erkennen, zu verstehen und dann gewinnbringend einzusetzen. Was viele Menschen kennen, ist der IQ. Also man sagt, Leute mit einem hohen IQ sind besonders intelligent. Was hat da die Emotionen sozusagen zu suchen beim IQ? Ja, also beim IQ hat sie weniger zu suchen. Die Emotion hat ja an sich, ist sie angeknüpft. IQ bedeutet einfach, ich weiß sehr, sehr viele Dinge. Ich kann Schlussfolgerungen, ich kann mir vieles merken. Der emotionale Quotient ist, okay, wie sehr kann ich meine Emotionen erkennen, wie sehr kann ich meine Emotionen regulieren, beeinflussen, wie sehr kann ich mich motivieren, wie sehr habe ich Vertrauen in gewissen Komponenten, wie sehr spüre ich dich und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine komplett eigene Sphäre, eine komplett andere Welt, die aber mega relevant ist, besonders in der jetzigen Zeit. Bei den Emotionen betrifft das alle Emotionen, also alle Gefühlsebenen oder gibt es nur bestimmte Gruppen, die da relevant sind? Nee, also natürlich alle Gefühlsebenen. Ich glaube, wir Menschen bestehen nicht nur aus gewissen Emotionsgruppen. Wenn wir nur gewisse Emotionsgruppen haben, dann fragt man sich, okay, mit dem muss was nicht passen. Jemand, der permanent glücklich ist, sowas sehen wir nicht. Oder jemand, der permanent nicht gut drauf ist, depressiv ist, da sagt man, okay, dem fehlt was. Das heißt, wie das Wetter, wie das Leben, ist das alles ein Up and Down und wir müssen aber trotzdem in dem Up and Down funktionieren. Das heißt, wir sollten lernen, mit den Emotionen zu arbeiten und die Emotionen richtig einzusetzen. In der Praxis sieht das so aus, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Situation vor mir, jetzt jemand, der gar nichts in der Thematik ist, der handelt einfach so, wie er immer gehandelt hat. Er ist nervös, er lässt die Nervosität, die Nervosität kommt hoch und er merkt, ah, ich bin nervös, ich kann nicht reden und so weiter und so fort. Für ihn ist es ein Kampf. Sagen wir mal, er spricht eine Frau an oder er muss zu einem Kunden, der unangenehm ist. Für diese Person ist es ein Kampf, mit dem Kunden zu arbeiten. Wenn ein emotional intelligenter Mensch weiß, was er jetzt zu tun hat, die Emotion der Nervosität kommt hoch, sowas können wir nicht aufhalten. Wir sind jetzt besonders, also ich bin 35, wenn wir in einem höheren Alter kommen, wir haben einfach zu viel erlebt. Das heißt, wir können die Reize im Außen nicht kontrollieren, das ist wichtig. Also da ist wichtig zu verstehen, dass Emotionen zu einem sehr großen Part unwillkürlich sind. Die kommen von irgendwo. Sind das Reaktionen? Genau. Auf etwas, was aus dem Außen nicht. Reaktionen auf Reizen, genau. Aber jetzt gibt es Folgendes, es ist eine Reaktion auf einen Reiz. Jetzt spielt meine subjektive, jetzt spielt meine Rolle, ist jetzt ein sehr wichtiger Part. Wie arbeite ich weiter? Lasse ich mich von dieser Reaktion beeinflussen oder schaffe ich es, mich zu regulieren und mich dann in eine andere Richtung zu beeinflussen, welche vielleicht relevant für die Situation wäre? Ich mache mal ein Beispiel. Du sitzt mit deinem Kunden, möchtest deinen Vertrag abschließen und in der letzten Minute sagt der Kunde, ich lasse alles platzen. Genau. Und ich möchte mit euch kein Geschäft mehr machen. Genau. Es herrscht dann Frustration und alle sind deprimiert. Genau. Was könnte man in so einer Situation machen, um sich selbst wieder aufzubauen? Genau, zum Beispiel. Aus dieser Phase zum Beispiel könnte, ist jede Entscheidung, die man trifft, wäre eine katastrophale. Das heißt, das Erste, was man machen könnte, ist mal in die Ruhe kommen. Wie schaffe ich es, trotz so einem negativen Ereignis in die Ruhe zu kommen? Da ist mal ein super Werkzeug, was funktioniert, ist Akzeptanz. Akzeptanz, weil Akzeptanz bedeutet einfach, ich nehme jetzt die Situation vorerst mal hin, so wie sie ist. Weil wenn ich sie nicht hinnehmen würde, bedeutet das, ich wäre in einem Widerstand zur Situation. Das heißt, der Kunde will nicht, ich will aber. Und jetzt ist da ein Widerstand. Zu sagen, okay, der Deal ist geplatzt, er ist geplatzt, okay, irgendwo ist was schiefgegangen. Beruhigen wir die Gemüter, schauen wir, okay, was hat in dem Prozess gefehlt? Weil aus einem ruhigen Zustand bist du kreativ. Ist das so wie diese Philosophie, alles was passiert ist gut, egal, also auch wenn es jetzt subjektiv schlecht ist, dass man einfach sagt, alles hinnehmen, alles was passiert ist gut und dann schauen wir mit klarem Kopf, ohne Emotionen, was machen wir daraus? Ich sage zudem, es ist so wie es ist. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, wäre wieder eine Bewertung von der Psychologie, von unserem Verstand. Es ist so wie es ist, so, es ist jetzt in dem Fall, der Deal ist nicht zustande gekommen, bedeutet das, okay, in dem Fall können wir sagen, es ist negativ, es ist nicht so, wie wir es wollten, aber es bedeutet jetzt nicht, dass es schlecht ist, weil in jedem Fehler steckt ja das Wort fehlen. Was hat gefehlt zum Abschluss? Und da kann sein, okay, mangelnde Klarheit, wir waren zu pushy, wir waren zu salesy, man weiß es nicht. Aber man kann in dem Prozess, wenn man sehr ruhig, also sehr ruhig, wenn man ruhig im Innen ist, kann man im Außen auch nüchtern agieren. Wenn du mega gestresst bist, mega frustriert, das ist ja so, wenn ich da mal ein Beispiel hernehmen darf, du siehst ja selbst, egal wie alt wir sind, wenn wir emotional werden, benehmen wir uns wie Kinder. Das heißt, wenn wir mega wütend sind, werden wir, man merkt so, hey, wieso verhalten sie sich nicht wie ihrem Alter entsprechend? Wieso verhalten sie sich so kindlich? Der beschimpft den, man wird persönlich und so weiter und so fort. Das heißt, da merkt man, hey, es ist zwar vielleicht intellektuell eine Reife da, aber emotional gar keine. Und das ist die emotionale Intelligenz, einfach zu lernen, nicht die Emotionen managen mich, sondern ich manage die Emotionen. Das klingt jetzt so, dass du ein komplett emotionsloses Leben dann führst. Du regst dich nie auf, du schreist nie, du bist nie wütend, du liebst nicht. Ja, ja, ja. Ist aber nicht so, oder? Nein, Gott sei Dank nicht, im Gegenteil tatsächlich. Es ist so, ich glaube, das hat der Dr. Manfred Winterheller gesagt, es gibt den Easyweight Rider und den Hardweight Rider. Und der Hardweight Rider ist so, ich finde, ist alles wichtig und er regt sich über alles auf und so weiter und so fort. Und der Easyweight Rider, so wie ich mich bezeichne, ist jemand, der regt sich schon sehr wohl auf, aber nur da, wo es wichtig ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand respektlos wird, dann werde ich jetzt nicht einfach da sitzen und sagen, wenn das heißt, da werde ich mich schon, da werde ich mich schon drüber aufregen, zum Beispiel. Was natürlich, wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt sage, okay, mit der Family, da versuche ich mich emotional zu involvieren. Also, es zu managen bedeutet nicht, ich habe es gar nicht. Auch im Geschäftsleben bedeutet nicht, okay, ich bin nur kalt oder ich bin nur ruhig, das ist nicht der Fall. Es ist die Frage immer, was verlangt gerade die Situation von mir? Wenn ich auf einem Vortrag bin und dann einfach da drauf los spreche, ja, und ruhig, es passt nicht. Das heißt, da brauchst du Euphorie, du brauchst Feuer, damit du die anderen catchen kannst. Das heißt, es ist umgekehrt der Fall. Das Leben wird auf einmal noch intensiver, weil du weißt, da involviere ich mich komplett rein, aber in dieses Drama will ich mich nicht involvieren. Da kapsele ich mich aus. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, zwei, drei diskutieren und da gibt es kein Ende. Hey, ich kapsele mich da aus, das ist jetzt euer Thema. Also, das ist einfach ein Spiel wie jedes andere. Wie schaut es aus mit diesem Umkehrschluss? Also, wir haben sozusagen das Beispiel jetzt besprochen, dass man negative Emotionen eher ein bisschen kalmiert und dann ruhig bleibt. Kann man auf der anderen Seite positive Emotionen extremst sozusagen freien Lauf lassen, wie zum Beispiel Freude über einen abgeschlossenen Deal? Ist das dann gut, wenn man das verstärkt? Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind ja Menschen und wir haben Emotionen. Das ist ja, was uns menschlich macht. Das ist, glaube ich, besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, weil wir sehen jetzt künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Alles Wissen wird digitalisiert. Am Ende bleibt ja das, was uns am Schluss menschlich macht. Bedeutet die Emotion der Freude. Zu sagen, hey, bravo gemacht, sehr stark. Bedeutet, ich bin wütend. Ja, ich lasse jetzt auch meine Wut raus. Aber ich lasse sie auf eine qualitative Art aus. Nicht auf dich, auf ihn, auf irgendeinen anderen, so dass ich Verletzungen, dass ich jetzt Verletzungen und Schaden anrichte. Und das kann man eben lernen. Also qualitativ damit umzugehen, das ist ein sozusagen ein lernbares Tool. Super gut, Florian. Also mein Leben, also ich, mein Leben bestätigt es. Also jeder, der mich persönlich irgendwann sieht auf der Bühne oder woanders, wird bestätigen, okay, sehr ruhig, sehr ausgeglichen. Aber natürlich, ich habe ja, ich war sehr lange im Sport. Für mich ist ja emotionale Intelligenz nicht etwas, was ich gelernt habe im Buch. Es war ein Schluss, es war so ein Resultat von meinem Leben und der Arbeit mit den Klienten. Weil ich habe dann irgendwann bei den Sportlern gesehen, ich habe über 2.000, 3.000 Sportler gecoacht, die waren nicht nur mental stärker und konnten sich motivieren. Die waren auf einmal besser mit der Frau, mit der Freundin. Die waren bessere Freunde, die waren ruhiger. Die haben gewusst, okay, da gehe ich einen Schritt zurück. Da gehe ich aber 10 Schritte nach vor. Und natürlich ist es etwas, was man lernen kann. Es ist die Frage, wie viel Zeit investiert man in das? Wie viel Zeit investiert man in sich, um sich zu beobachten, um gewisse Prozesse zu erkennen, um sie dann anzuwenden? Wir haben jetzt schon über ein paar verschiedene Gemütszustände und Emotionen gesprochen. Wie viel gibt es denn relevante Emotionen? 10, 20, 30, kann man das nicht sagen? Es gibt sehr viele. Ich glaube, für das Publikum ist es relevant, wir können auf zwei Emotionen runterbrechen. Und das ist Liebe und Angst. Handle ich aus der Liebe heraus oder handle ich aus der Angst heraus? Wenn wir aus der Angst heraus handeln, dann kommen immer die Begleiterscheinungen. Vielleicht Wut, vielleicht Neid. Die Nervosität, die wir schon besprochen haben, wäre auch aus der Angst heraus. Aus der Angst heraus nicht gut genug zu sein. Angst, mich zu versprechen, einen Fehler zu machen. Ich verspreche mir, Leute werden mich auslachen, der Geschäftspartner wird abspringen. Unser Beispiel mit dem Versagen im Business Development, also im Verkaufsabschluss, wäre auch Angst. Das wäre Angst. Meine Schuld, kein Deal ist zustande gekommen. Ja, zum Beispiel in dem, man kann sich ja hinterfragen, okay, mit welcher Intention bin ich hingegangen? Wenn ich hingegangen bin, du bist ja, du hast ja selbst gesagt, du hast ein Verkaufsteam. Verkaufen die, weil die wissen, der Florian und die Investment Group, wir sind richtig kompetent und wir können dir wirklich helfen. Oder verkaufen die zu sagen, ah, puh, ja, wenn der Deal nicht zustande kommt, wird der Florian auf mich böse sein, whatever. Die selbe Handlung, zwei verschiedene Haltungen. Aus welcher Haltung mache ich es heraus? Aus der Haltung Angst, ich muss das machen, sonst wird jemand böse. Oder ich muss das machen, weil ich dann meinen Job verliere. Oder ich mache das, weil ich weiß, ich kann dir dienen. Und jetzt, wenn ich dir etwas verkaufen möchte, weil ich weiß, ich kann dir dienen, und du sagst, nein, ich denke mir so schade für dich. Aber du würdest dieses Gespräch dann mit mir suchen, aus der Liebe heraus, dass du mir etwas Gutes tust. Das ist dringend. Vielleicht möchtest du auch etwas verdienen dabei, aber sozusagen die positive, liebende Intention, mir etwas Gutes zu tun und mir zu helfen, oder? Ja, die Menschen sollen es ja selbst machen. Sie sollen ja beides austesten. Ich sage immer, glaubt es nicht mir. Ich bin keine Autorität für irgendwas. Testet es aus. Ich werde es eh selbst sehen, was dann besser funktioniert. Das heißt, aus der Liebe heraus, wir haben ein geiles Produkt, wir können dir helfen, einfach mal austesten. Und wenn der Kunde dann sagt, nein, denkst du dir so, ah, schade, schade, schade. Da sind so viele Blockaden, aber denen hätten wir geholfen. Wie machst du das in der Praxis? Programmierst du dich vor jedem Meeting zum Beispiel jetzt in diesem Liebe- oder Angstzustand, oder wie machst du das? Das ist sehr spannend. Also, kann man natürlich auch machen. Kann man natürlich machen. Mit der Zeit, mit der Zeit entwickelt sich, entwickelt sich eine Gewohnheit. Also, die Leute, die da am Anfang sind, können sich ja natürlich Zeit nehmen und sich bewusst für etwas entscheiden. Weil am Ende des Tages, man braucht nicht 100 Werkzeuge, entscheide dich einfach, dem Kunden jetzt etwas Gutes zu tun. Einfach mal zu dienen. Lies dein Skript ab, aber mit der Intention, ich will dir dienen. Das ist eine, man kann es ja testen. Ich will dir dienen oder ich will dir etwas verkaufen. Könnte man das dem Kunden noch sagen oder darfst du das nur denken? Das ist spannend. Es gibt auch die Technik, um einen Auftrag zu bitten zum Beispiel. Lieber Kunde, geben Sie mir eine Chance. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich für Sie das beste Produkt habe zum Beispiel. Das wäre eine Bitte. Das wäre eine Bitte. Machen die wenigsten, trauen sich nicht zum Beispiel. Ja, aber das ist das nächste Traum. Das wäre wieder, was denkt der Kunde über mich? Und da ist halt die Frage, okay, wenn ich dir etwas aus Liebe tue, wenn ich dir etwas, wenn ich dir diene, dann geht es ja nicht um mich. Aus der Angst daraus würde es heißen, es geht um mich. Weil ich will nicht, dass du mich ablehnst. Aber wenn ich dir etwas gebe, sage ich bitte das was und du sagst, nein, easy going. Und das ist natürlich ein Beispiel von sehr, sehr vielen, was in der Praxis man anwenden kann. Also wie auf die Frage zurück, wie kann man sich auf das einstimmen? Geh einfach mal mit der Einstellung zu dienen. Geh einfach mit der Einstellung, ich glaube an das Produkt und ich will dir helfen. Einfach mal im Geschäftsleben das zu tun. Also wenn ich jetzt zurückschaue, zehn Jahre zurück und jemand würde mir sagen, ja, du wirst auf der Bühne stehen und sprechen. No way. Ich bin ein Ausländerjunge. In Deutsch war ich nie gut. Das Worst Case, was man mir antun müsste, ist auf die Bühne zu bringen. No way. Aber das ist das Spannende. Das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Was für ein Mensch wird man? Auf einmal entwickelt man sich Fähigkeiten, die man nie gewusst hätte, dass man hat. Und ich sage immer zu vielen Menschen, was wichtig ist, Angst soll nicht bestimmen, wer ihr seid. Angst soll es nicht bestimmen. Weil wenn es die Angst bestimmt, dann kann ich euch jetzt schon garantieren, das was du bist, so wirst du bleiben. Außer es passiert ein großer Zufall oder ein extremes Unglück, wo du dann gezwungen wirst, anders zu handeln. Und im Umkehrschluss, dort wo deine Angst ist, sollte deine Aufgabe sein. Ich wollte nicht Sales machen. Aber weil ich Angst vor Sales hatte, habe ich mir gedacht, nee, nein. Also wir sagen, dorthin gehen, wo es wehtut. Dorthin gehen, wo es wehtut. Das ist sehr gut. So ist es. Dorthin gehen, wo es wehtut. Und das ist, und viele Menschen werden dann sagen, ah, ja, puh, hört sich cool an, aber besser nicht. Lass mich lieber ein Buch lesen. Ja, aber im Buch lesen wird nichts passieren. Ja, so wie raus aus der Comfortzone auch. Raus aus der Comfortzone, ja. Sehr, sehr spannend. Wir sitzen auch auf Mitarbeiterebene so unter Kollegen, weil das ist ja auch oft, das ist ja auch so ein Neid, weil der hat einen besseren Deal abgeschlossen. Du siehst mehr selten diese Liebe. Also selten kommt ein Kollege und sagt, ich helfe dir jetzt, weil ich möchte, dass du einen besseren Deal abschließt als ich. Wie siehst du das bei Mitarbeitern und Kollegen? Natürlich. Eine Katastrophe. Also was man so jetzt da sieht, es ist, die Menschen haben eben nicht diese Fähigkeit, sich emotional zu managen, weil sie immer das machen, was der Rest tut. Paradebeispiel. Der Kollege nervt mich. Ich spreche schlecht über den Kollegen. Ich spreche schlecht über die Fehler des anderen. Mein Chef, alles ist gut, aber zwei, drei Kleinigkeiten hat er, die nicht so passen. Ich mache ihn auf die Kleinigkeiten aufmerksam oder in den meisten Fällen ist, ich mache die Kollegen auf die Kleinigkeiten des Chefs aufmerksam. Was schieße ich raus, sagen wir mal, an unser Universum, ans Leben? Was für Messages gebe ich? Das heißt, das ist, was die Menschen nicht verstehen. Du weißt, dass als Investor ist ja, diese Investments, die ich gebe, wenn das ein gutes Investment ist, kriege ich zurück. Was kriege ich als Mensch zurück, wenn ich nur nörgle und schlecht über andere spreche? Mein Selbstwert sinkt extrem nach unten. Und ein Tool, das kann ich euch mitgeben, das funktioniert extrem. Wer das anwendet, der wird super Resultate kriegen. Er wird nie wieder Selbstwertprobleme haben, aber es wird euch nicht schmecken, weil, damit der eigene Selbstwert wächst, bestärke den anderen im Wert. Das heißt, bestärke den Kollegen im Wert. Das Loben, Helfen, Liebe hier, oder? Genau, genau. Da ist halt Empathie wichtig. Sich hineinfühlen und man merkt, hey, gut gemacht, sehr stark. Machen wir mal das Kontra von dem, was wir auf täglicher Basis tun, uns gegenseitig fertig zu machen. Bestärken wir uns im Wert. Was wird passieren? Man merkt, der eigene Wert geht nach oben. Auf einmal fühlt man sich selbst wertvoller, weil man den anderen in seinem Wert bestärkt. Und das ist ein sehr, sehr faires Konzept. Ich kriege das, was ich gebe. Sehr, sehr schön. Oder wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück, was man so in den Ersten sendet, etc. Super. Ich glaube, es dauert ein bisschen an die Energie. Es gibt ja die Regel, dass wenn man sich sozusagen aufregt oder man traurig ist, sollte man das nicht zu sehr zeigen und wenn man sich freut, auch nicht zu sehr, dass die Energiekurve eher so flat ist. Ist das eine Theorie, die du kennst und der du zustimmst? Ich sage immer, Emotionen sollte man zulassen, rauslassen oder loslassen. In sich zu tragen ist immer schwierig. Also nach oben und nach unten kann man ruhig ausscheren, oder? Positiv und negativ. Genau. Es ist halt wichtig, in was für einem Zustand verbleib ich. Also ich darf morgen, wenn mich jemand ärgert, hier im Büro noch schreien, oder? Wieso nicht? Wieso nicht? Du bist ja ein Mensch, wie wir alle. Weißt du, was ich meine? Es ist ja lustig. Es ist ja, man kann ja, ich vergleiche das ja immer mit dem Sport. Man schreit sich ja im Sport ja auch an. Im Privaten, uh, geht gar nicht. Aber wenn es für etwas Großes ist, wieso ist das ein Problem? Solange es respektvoll ist, weißt du, was ich meine? Wo ist das Problem? Let's go. Whatever. Es ist halt, wenn es persönlich wird, wenn es, wenn es negativ ist, wenn es abwertend ist, na, das ist dann eine Sache, die will ja keiner hören. Wie kann man diese Themen jetzt im Unternehmen umsetzen? Also wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen mehr emotionale Intelligenz und mehr Liebe in der Firma haben, wollte man sich dann einen Experten wie dich, oder kann man Bücher lesen, oder Programme downloaden? Genau. Ihr könnt euch natürlich einen Experten holen, ihr könnt Programme downloaden, was, ich gebe euch zwei, drei Praxistipps mit, die man sofort umsetzen kann. Bestärkt, bestärken wir den Wert, bestärkt den Wert des Anderen. Die Seele reagiert extrem gut auf Lob. Umgekehrt, Kritik ist natürlich wichtig, aber bei Kritik macht der Mensch meistens zu. Und man merkt, die Bewegung ist sofort ein Schutzmechanismus. Das heißt, fangen wir an, einander zu loben. Fangen wir an, auch transparent die Emotionen auszusprechen. Nicht zu nörgeln, weil nörgeln und, das ist, ja, ich rede einfach drauf los, negativ, nichts passt, ja, es ist Montag, bla, bla, bla. Nein, diesen Bullshit loslassen. Aber zu sagen, heute fühle ich mich nicht so. Oder zu sagen, heute fühle ich mich richtig gut, weil das und das passiert ist. Da bin ich mir nicht sicher. Und an das der Kollege sagt, hey, du fühlst dich nicht sicher, komm, let's do it. Wie, wie eine Mannschaft, die, die gemeinsam hält und die will, dass man, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht, ich habe viel mit Fußball gearbeitet, deswegen nehme ich Fußball als Metapher. Aber ich weiß, ich als Flügelspieler lebe von meinem Verteidiger. Das heißt, ich muss eines, ich will, dass der Verteidiger die beste Performance abliefert, damit ich die beste Performance abliefere. das heißt, was mache ich? Für jede Scheißaktion lobe ich ihn, ey, wurscht, weiter, geh mal, tu mal, mach mal. Und dann fliegt er und dann macht er zusätzliche Meter, die mir dann helfen. Das heißt, das ist mal, das ist mal Lob und Anerkennung geben, hat man gehört, keiner macht es, es wirkt aber. Das zweite ist, sich ruhig seinen Ängsten zu stellen. Leute sprechen über Selbstvertrauen, lesen Bücher über Selbstvertrauen, schauen sich Kurse an über Selbstvertrauen, aber Selbstvertrauen wirst du nicht intellektuell kriegen. Im Wort Selbstvertrauen steckt Vertrauen und im Vertrauen steckt Trauen. Das heißt, es beinhaltet Unsicherheit. Das ist ein langwieriger Prozess. Natürlich, das heißt, wo traue ich mich? Das heißt, wo traue ich mich? Hier Kaffee zu trinken, Wasser, da brauche ich mich nicht trauen. Aber zu sagen, jetzt ruft den unangenehmen Kunden an, das erfordert Trauen. Und das ist der Weg zu Selbstvertrauen. Das waren aber zwei super wertvolle Tipps von dir. Vielen Dank. Großes Lob an dich für diese zwei konkreten Tipps. Wird es einmal eine künstliche, emotionale Intelligenz geben? Unmöglich, von meiner Perspektive. Unmöglich, von meiner Perspektive, weil das ganze Gefühlsleben, ist an die Seele geknüpft. Und wir merken das selbst, dass oft ist es, man sitzt mit einem Menschen und es wiped einfach. Man kann es nicht erklären. Man spürt die Energie, Bauchgefühl, es fühlt sich gut an, es geht was weiter. Ja, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine KI kann. Eine KI kann Wissen, kann Patterns erkennen, Zusammenhänge und es wird noch extrem, also ich habe das, by the way, schon vor fünf, sechs Jahren vorausgesagt. Ich habe gesagt, alles Wissen wird digitalisiert. Somit die Lehrer, Trainer und Coaches, deren Konzept ist, nur Wissen weiterzugeben, die werden aussterben. Das heißt, wir Menschen brauchen lebendige Transformation, lebendige Erfahrungen. Nur das, nur so werden wir es schaffen. Und deswegen glaube ich, glaube ich nicht, dass das passieren kann. Und ich hoffe es natürlich, weil das ist das, was uns am Ende des Tages menschlich macht. Investierst du persönlich in diese Trends der künstlichen Intelligenz, KI? Nein, also investieren. Ich habe JGBT, das ist das einzige Investment, was ich habe. Ich meine, kaufst du Aktien zum Beispiel von Firmen, die sich damit beschäftigen? Nein, ich habe zwei Fonds und so. Ich bin da, ich habe, was ich mache in Investments, ich bin beteiligt an zwei, drei anderen Projekten, habe ein paar Fonds, aber da noch nicht. Aber natürlich, es ist... Also Startups, du investierst in Firmen? Ja. Also direkt in Firmen, Firmenbeteiligung sozusagen. Ja, also ich investiere immer in den Menschen. Also in den Menschen, wenn ich sehe, der Mensch hat ein Talent, dann baue ich um den Menschen ein Coaching auf, wo ich dann nur im Hintergrund bin und ja, und zum Beispiel der Coach, die andere Person ist so der, na wie sagt man, der Protagonist und ich bin im Hintergrund. Sowas mache ich, aber ihr seid da gut unterwegs, da kann ich vielleicht was von euch lernen. Vielleicht können wir aber gemeinsam ein Projekt machen. Sehr gerne, Florian. Mich auch, mich auch. Danke dir, Florian. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke dir, Florian. Super coolen Input, tolle Persönlichkeit. Gratuliere zu dem, was du dir aufgebaut hast. Danke dir. Danke dir vielmals fürs Kommen. Ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ja, ich mich auch. Danke dir. Und Hut ab für alles, was ich aufgebaut habe. Sehr gerne. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.